Gebt mir alles! Speedrun Strat? Wie ging der Mist nochmal? Man kann irgendwie von hier direkt runter. Ja, das klingt einfach. Wo ist Hoat? Bis drei Shots! Oh no! Warum, Bro? Ich kann nicht holen. Oh, shit! Wenn du es im Versus-Modus geschafft hast, jemanden rauszuziehen, der eine Tür zugegen ist, wegen der Erste. Springen wir Versus-Kanker? Warum, Paul? Ja! Du hast mit einer Axt auf mich. Ich weiß nicht, was du glaubst, was passiert. Ich dachte, die Medien-Sachen gehen nicht. Wie shoving macht Fender-Match. Verspät, verspät! Verspät, verspät! Wohin, wohin, wohin! Ekkli? Gerade mal HET! Au, Hilfe! Es waren urviele Zombies! Die sind jetzt nicht mehr da, weil sie waren nicht mehr in die Open Area davor. Nicht so unsraut. Ich bekomme den Nade-Luncher, das ist alles, Boys. Nicht so festen lassen, wir müssen ja alles so gut gehen. Oh Gott, du denn? Okay, vor, 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 let's go, let's go. Starter hinter uns? Oh oh. Oh Gott. Oh Gott, komm hier rein. Ah, du hast mich. Woops. Hey. So, hey guys, we did it. Das war es. Das war Haustpura. Das war normal für die erste, ja. Die erste? Ja. Das haben wir doch sicher schon gespielt. Ja, eh klar. Müssen wir alles durchspielen? Weißt du noch, welche uns gefehlt haben? Oh Gott. Insightly. Wir haben auf jeden Fall die mit... Ich glaube, wir sind immer bei der mit dem Spawn gestaltet. Wo es seine Villa gibt und so. Ah, klassisch. Oh, ja, das kann sein. Das ist so. So, jetzt kommen wir noch die Stats. Ich werde alles noch mal spielen. Okay, well. Okay, Oli, sorry. Bist du eine Witch, oder was? Was? Shit. Diese Autos... Diese unavoidable Autoszenen sind immer sehr schwer, irgendwie. Oli, that one I'm saving for you. Oh, no, man. Wait, hold up, hold up. Ich... Ich heil mich noch von dem, Davey. So. Da hinten. Nice. Boah, da war ein... Ein Speed, der war auf mir. Wie ist das gelaufen? Dann wäre es schon gestorben. Oh, mein Gott, ein Witch. Die kennt mir. Welche Witch? Die Witch? Meine, 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 Meine! Äh, können wir sie nicht daran sehen? Okay. Alter! Are you teasing me? Hahaha! Paul! You need this! Die Witch war total stark! Sie hat Feuer irgendwie gelegt! Crazy! Hat sie einen... Benzinkanister oder sowas erwischt? Aaaaaah! 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 We should be afraid, bro! Hälter! 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 Ich bin fucking da! Hahaha! Hahahaha! Howard, you fucking... Lose! You fucking lose! We have been more of a softy version! Richtig, ey! Hälter! 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 Stefan! Hälter! 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 Was zur Hölle geht ab, Mann! Das stimmt doch gar nicht. Neustarten, Neustarten, Neustarten. Ah, ich bin der Hunter, bitte. Hallo, hallo, hallo. Hunter voll, Hunter voll. Oh, shit. Wir werden gleich auf den Weg springen. Help me! Fudi hat eine D. Fudi, du gehst. Noch eine Lichtpam. Lichtpam. Lichtpam raus. Also, Fudi, du kannst eigentlich auch eine D.F.E. holen. Fudi, machst du mich D.F.? Fudi, machst du mich D.F.? Du bist oben, oder? Ja. Du bist oben, oder? Du bist oben, oder? Du bist oben, oder? Ja, du bist oben. Ja, du bist oben. Was du machst? Oh Gott!